Okay, nein, hier will ich noch nicht. Ich wär erstmal hier, oder? Ah, da komm ich dann aber nicht mehr raus. Das ist das Problem. Boah, erstmal mit dem App-Förder geworfen. Spast. Spast! Ha, also gut. Corona reicht die nächste Stufe. Heilstrahl. Ähm, Technik. Er macht ein Heilstrahl. Ähm, dann noch eine Kraftstrahl auf Corona. Und das war's. Roll-OK. Ach ne, ich wollt ja... Lecken. Lecken. Der Wetter aufheben. Und dann erstmal... Ja, gehen erstmal püten. Bum. 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 Du guckst in die falsche Richtung. Arsch. Ein Speicherpunkt. Äh... Heißt das etwa... Okay, das sieht aus wie Boss. Dann möchte ich erstmal... Hier nochmal hin. Ja, ja, komm. Bum. Irgendwo. So, ist ja noch irgendwas. Wenn hier kommen wir. Oh. Neck dich. Spast, ey. So. Probe. Rechte nächste Stufe. Ist auch sehr schön. Nein! Nein! So. Tot. Ja, flieh. Flieh, solange du noch kannst. So. Was gehen wir noch hier hin. Ja, ja. Spast. So. Jetzt kommen wir bestimmt wieder... Ja, eine einfangen. Okay. So. 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 Ach so. Und... Ähm. Technik. So. 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 Ach so. Ach so. Und... Als nächstes mache ich... Als nächstes mache ich... Äther Medium. Ähm. Ähm. Er vielleicht noch. Und... Dann hier nochmal ein... Äther nochmal. Und für ihn... Für sie nochmal. Ich für ihn. So. Ach, wir sind... Wir sind ja ganz runter gekommen. Wir müssen ja nochmal gegen die ekligen Drachen kämpfen. Oh, da sind sie. Da sind sie! Gewitter. Und ich glaube, dann mache ich hier Pause. Also... Wenn ich wieder am Speicherpunkt bin. Weil dann habe ich... Glaube ich... Gen... So. So. Sterb das mal. Bumm. 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 So. Danke. Oh, hallo. Spaß. Stirb, ey. Stirb einfach nur. So. So. Sie macht's. Boah. Attacke. Muss ich ja alles mal ausprobieren. Kombination. Und Drehkick. Wow. So. Die sind weg. Äh. Ne. Erstmal. Haie. 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 Hat er nicht so. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute mit Chrono Trigger. Jetzt erstmal ein bisschen entspannen und Super Mario RPG gucken, ob ich da jetzt eine gute Raum finde. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschau.